Rubens klärt, sage ich mal. Lehm schooss! Nein, Mary wird das Pokémon nicht wechseln. Lehm schooss! Hat der Sacken! Passt schon. Ich glaube ich schaffe das noch. Geduld! Gut, das erste ist schon mal down. Makuhita! Keine Chance, habe ich gegen. Ne, da kann ich nix machen. Kaiokenza, Angreif! Kaiokenza! Warum benutzt euch mein Nickname? Wir sind Rivalen, du darfst nicht benutzen. Ja, ich benutze Riff. Wenn ich als Rival denke, Oh mein Gott, der ist echt vom Level her wild. Ja. Nein! Rubens wurde besiegt. Yes! Du hast was Sinnvolles gemacht in diesem Kampf. Du hast ihn noch paralysiert, bevor du verreckt bist. Echt habe ich das. Mach das, mein Rubens. Dann Suraki. Das ist meine letzte Hoffnung. Los, Suraki! Kampf, Lebensschuss, sei hilfreich. Oh, das strengt dich an zu raketisch auch aus. Krittisch bitte, krittisch. Lass es sehr fiktiv sein. Nein, ist es nicht. Überlebt einen einzelnen Angriff noch. Das ist Pro, ein HP überlebt. Mit einem HP überlebt. Beutel. Hast du das gerade eben gesehen? Der Machalo hatte vielleicht noch ein HP. Und da ist jetzt Supertrank ein. Das kommt jetzt bei mir. Jetzt kommt's. Supertrank. Da werde ich sauer bei sowas. Kampf, Lebensschuss, beende es, Lübing. Geschafft! Yes! Uhita. Spieler besiegt der Leiter. Kamilo. Ui 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 ja. Du hast mich absaufen lassen. Yes! Und ich stehe. Ich sollte mich befürchten, dass ich gleich mit einem Schlag down gehge. Gegen duplic. Ich hab's geschafft. Armstoß, bitte nicht, ich schau weg. Oha, der macht das mehrmals. Zweimal getroffen, puh, nur zweimal. Ich könnte es nur schaffen. Yes, so sieht es aus, meine Freunde. So sieht es aus. Ja. Ach du hast so viel Glück, nur zweimal getroffen. Ich denke, fünfmal, das ist ja Maximum, glaube ich. Ja, fünfmal, aber wenn es fünfmal getroffen hätte, wäre es tot. Ja, natürlich. Aber das war auch nicht so. Knöchelorden, bla 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 bla. Irgendwas habe ich jetzt bekommen. Das schaue ich mir gleich alles im Pokémon-Zandarm. Ja. Mein Rubens sieht bei ihr leben, oh mein Gott. Rubens, nein. Rubens ist belieblich so arg wieder. Das ist meine Aufgabe Nummer eins. Ich ignoriere alles andere. Weg da, weg da, weg da. Rubens ist tot. Na, okay. Puh. Gott sei Dank war auch nicht allzu lange tot. Rubens. Ich kann nur mal anschauen. Also was habe ich gekriegt? Beutel. Mach ich auch Grab. Felsgrab. Felsgrab. Ne, das hatte ich vorhin schon. Protzer. Stahl, den Körpers, wo steigt Angriff und verteilt. Als ob mich das interessiert. Herrlich. Was ist? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Du musst den Brief noch abgeben. Hast du den schon? Ist ja bei ihm. Bei wem? Beim Leiter. Ich habe auch noch eine Tasche, ich muss den nochmal anreden. Egal, beim, beim, mir war gerade eben der Rubenswichtiger als der Leiter. Stimmt, ich muss den nochmal anreden. Vorspulen. Ne. Das ist nicht der Leiter, aber ich habe den, ich habe den Brief noch im Beutel. Sehe ich gerade, wenn ich richtig bin. Basis-Items. Also es ist Brief. Wählen. Okay. Brief an Troy vom Präsidenten. Yes, Troy. Troy's darin, Leute. Nein, da, der hat das Camillo. Genau. What is Troy? Ich werde ihm jetzt sagen, wir treu ist, du könntest zwar nachgucken, weil du ja auch in den Stream guckst, aber ich werde einfach mal Troy finden. Ja, ich suche doch noch Troy. Troy, also so oft wie ich jetzt, wie ich jetzt Troy gesagt habe, muss jetzt Troy anhören von den Fanta 4. Fanta 4, Troy. Wir bleiben, Troy. Oh, das kenne ich ja. Ist das Troy? Hallo, Troy. Ja, warte. Ich habe Seidenschal gekriegt, what the fuck, ich wollte Troy finden. Ah, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Mach dazu mal kurz die Dinger aus, und mute. Ich glaube, ich habe es. Was? Troy, wo bist du? Glaube ich habe einfach mal ja gesagt. Hast du ihn gefunden? Vielleicht. Bist du Troy? Ja, der eine hat gefragt, ob du angeln willst, aber ich glaube, da gibt es noch eine Angel. Nee, da ist kein Troy. Vielleicht muss man durch die Höhle durch, von nach rechts. Ach, mit dem habe ich gar nicht geredet, hier. Die waren mit dabei. Ach, der gibt mir eine Angel. Ja, ja. Die habe ich auch noch nicht geredet. Auch nichts besonderes. Ah, ich habe gerade eben was verfahren, und du nicht. Das ist er in der Höhle ist. Nee, das ist nicht in der Höhle. Man kann in die Höhle reingehen. Mhm. Und man kriegt eine VM dort. Ja. Aber hast du gelebt, was der gesagt hat? Ja. Man muss einen Arenaleiter zuerst, bis ihr sowas kriegt. Nee, nee, der hatte ganz am Anfang gerade erst, hat er was gesagt. Was? Weiß ich gar nicht. Aber ich renne jetzt einfach weiter durch die Höhle. Oh mein Gott, das fang ich mir. Das fang ich mir so aus. Beutel, ich glaube, mein Trassler kann Blitz leeren. Ruckebälle. Ja, mein Trassler kann Blitz leeren. Mein Trassler ist nützlich. Fuck. Ja, das habe ich mir gedacht. Dammit. Und Abra? Ja, natürlich Abra. Und man muss einen Zubat-Ball einsetzen, weil... Weil sonst ist eigentlich schon fast kaputt, weißt du? Ich habe einen Zubat. Konfusion. Tot. Also Blitz ist geil. Hier. Rums bist du nicht so gut gegen das Pokémon. Und Stor Junior, ne? Ja, genau. Ich sehe es gerade bei dir. Nein, ich habe Heuler benutzt. Ich bin hilfreich. Jetzt saugst du mir Bluter ab. Ich spule hier fast vor. Ah, hier ist ein Pokéball. Puma, wird Pokéball gefunden? Ja, super. Ich werde alle Superbälle benutzen, um den scheiß Abra zu kriegen, weil ein Abra ist göttlich. Einfach nur. Wieso? Wenn es kein Mal Kadabra wird, oha. Ja, dann, dann. Mhm. Und dann muss man es irgendwie tauschen, damit es sind, da wird. Da schaue ich eine Maus gerade mit drin. Warum sagst du mir nicht, dass ich eine Maus in meinem Bildschirm drin habe? Wirklich? Ich habe nicht geschaut. Ich bin doch unschuldig. Ich treffe nicht mehr mit Konfusion. So jetzt. Weißt du was? Ich fange mir jetzt noch ein Pokémon. Ich bin gerade so verwirrt durch den... Maus-Cursor? Nee, dadurch, dass du eine Klee. Ja, ich sehe alles. Warum sie schon alles? Ja, Blitz. Pokéball. Wie Blitz? Ja, Blitz, das habe ich vorhin gesagt. Dein Kapitel, dann Knilz, kann Blitz lernen, ne? Großname für Stoll Junior. Äh. Knilka versucht, Megasauger zu erlangen. Ja, Megasauger, merkt sich gut an. Ich nenne es jetzt einfach mal so viel. Ganz gekannt. So, als ich aber alle weiblichen Namen durchfinde ich noch. Das ist doch ein weibliches Krieg, dann ist es männlich. Alter, das Zubat kostet mich langsam an. Es ist immer dasselbe Zubat. Immer level 9. Uh, ich bin da. Das steht immer. Es steht immer nach einem Schlag. Vielen Dank.